Fühlen Sie sich ringsum gut gebettet mit Matratzen, Lattenrosten und Federbetten von Stein Matratzen und Polsterwarenfabrik in Waldsee. Das erfahrene Unternehmen bietet zahlreiche auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Matratzenmodelle, auch in allen Spezialgrößen und Sonderanfertigungen. Neu und nur bei uns gibt es den orthopädischen Reflux Lattenrost, hilft gegen Sodbrennen. Alles fürs Bett, schicke Qualitätsmöbel bis hin zur Aufarbeitung alter Polster. Stein, Ihr kompetenter Ansprechpartner. Schicke Qualitätsmöbel bis hin zur Aufarbeitung alter Polster.